Herzlich willkommen bei asef-windnode.de, dem Portal für innovative Stadtwerke-Projekte im Rahmen von Windnode. Diesmal möchten wir Ihnen die Softwarelösung Grids Energy City mit Herrn Johannes Sigula vorstellen. Gerade in Richtung Quartiere, sozusagen aktive Player, um Quartiere einerseits sichtbar zu machen, aufzuzeigen aber auch, wie kann man Sanierungspotenziale identifizieren und vor allem dann aber auch Sanierungsfahrpläne daraus entwickeln. Wir fangen im Grunde genommen dabei an, eine CO2-Bilanz für Kommunen aufzustellen. Das bedeutet sowohl für Energie, für Verkehr, für Landwirtschaft etc. Und aus den CO2-Emissionen, aus der gesamten Bilanz, haben wir sozusagen dann die Möglichkeit, in die einzelnen Sektoren abzuspringen. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben eine schlechte CO2-Bilanz im Bereich der Wärme oder im Bereich der Energie, hat man dann wiederum über Quartiere natürlich die Möglichkeit, entsprechend aktiv zu werden. Und für uns ist dann sozusagen der Aspekt, Sanierungspotenziale zu identifizieren, die dann die CO2-Emission wiederum senken können. Überführt dann letzten Endes in den Prozess, haben wir damit die Möglichkeit, regelmäßig aufzuzeigen, was ist notwendig, um unsere Ziele zu erreichen und wie können wir es schaffen. Stadtwerke wollen ihre Kommunen dafür gewinnen. Und sie wollen der Kommune helfen, die CO2-Emissionen zu senken, andererseits aber natürlich bestenfalls auch ihre Produkte damit ein Stück weit vermarkten zu können. Bedeutet, wenn es um Sanierung geht, kann dann auch Wärmepumpe zum Beispiel eine Rolle spielen, aber genauso Fernwärmeanschluss, um einfach da relativ schnell die CO2-Emissionen zu senken. Bis zum nächsten Mal! Willkommen an Bord! Jetzt liken, abonnieren und Glocke aktivieren!